hallo und herzlich willkommen liebe freunde ja eine kleine kurze kanal info und zwar wollte ich mich einmal recht herzlich bedanken für euren geilen support eure unterstützung schon 1314 abonnenten ich bin echt fassungslos im moment steigt wirklich super und ich freue mich darüber sehr also man kann sich das gar nicht vorstellen herrlich auf jeden fall mega geil ich wollte es noch mal darauf hinweisen dass wir hier die videos verfolgt auf meinem kanal und noch mehr sehen möchte dann soll er einfach korb deluxe reinschreiben jetzt auch hier eine seite taucht auf oder bei kanal info und zwar ist das ein anderer kanal von mir den ich mit dem onkel gamashek lp betreibe und zwar habt ihr hier auch noch jede menge neue videos andere videos und zwar habt ihr hier wie we miss created bei miscreated zum beispiel ist ganz jörg germany dabei da könnt ihr dann einfach drauf gehen und dann habt ihr hier unten seht ihr schon alles wer mitmacht auch jetzt gerade ein bisschen zeit zum laden internet ist wieder am sonntag wieder überfüllt la 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 ja keine rückmeldung ist klar rastet gleich aus hier so dann gehen wir hier auf mehr anzeigen und dann haben wir hier nero spielstube sissi ist hier bei möller und noxi die ganzen kanäle dann sind natürlich noch andere dabei die jetzt kein youtube kanal haben aber zu youtube germany gehören da solltet ihr auf jeden fall auch mal reinschauen guckt euch die kanäle an abonniert sie unterstützt sie ist auf jeden fall eine ganz gute sache und das natürlich auch mal wieder richtig geil ein schönes projekt hier zu haben mit allem man und natürlich sind die videos alle mit 60 fps also das gucken wir schon bei korb deluxe dass wir richtig gute bildqualität haben dazu kommt jetzt natürlich wieder bei korb deluxe da freue ich mich sehr drauf und sagt oncle und ich haben wir zusammengelegt und zwar arg arg so weiul erwürft richtig geiles spiel damit haben wir auch auf den anderen kanal angefangen gehabt auf pc und leider lief das ja bei mir nicht so toll und flüssig und das zocken jetzt auf der ps4 und das kommt jetzt bald raus und habt ihr hier wwe 2k 17 miscreated doom bioshock und jede menge andere spiele level 7 days hat haben wir tauschen wir dann ein gegen arg und ihr seht schon auch live steams kommen hier genau wie bei den anderen die haben auch super kanäle sind natürlich auch alle verlinkt hier schaut euch auf jeden fall mal um da wollte ich euch nur darauf hinweisen dass hier auch videos sind von mir falls ihr dann bei revano ep seht oh final fantasy schon zu ende geguckt und ihr wollt noch mehr sehen schaut auf jeden fall bei korb deluxe vorbei da gibt es dann wie gesagt die anderen ganzen projekte wo ich sehr stolz drauf bin und hier miscreated mit allem mann zusammen sehr sehr geiles spiel auch ein survival game in der zombie welt wo man überleben muss plündern muss und viel blödsinn machen kann und genau das ist es was man so machen sollte in einem survival game blödsinn machen ja das wäre es erstmal zu dem und dann das gewinnspiel läuft auch super ich freue mich über eure teilnahme wer es noch nicht weiß wie gesagt 1000 abos special battlefield 1 zu gewinnen und mal gucken was zu weihnachten noch so kommt und da haben wir natürlich was raus erstmal vielen dank fürs schauen und bedanke mich auch noch mal recht herzlich für den support oh 300 1316 es geht hoch es geht hoch ich bin einfach froh dankeschön eure manu dann geht's schau dann geht's schau